Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 23. September 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1253. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch. PayPal, Apple Pay, Ring, Qualcomm, Apps, Bluetooth 5.3, Apple Watch Ultra, iOS 16.1, iRobot, Spotify, Save the Date, Ubuntu Core und Chromecast. Ihr hört, es sind einiges an Themen dabei und damit starte ich auch gleich mit der letzten Geek Talk News Episode, dem Mutterformat, dem wöchentlichen. Da ich ja darin gesprochen habe, Link wie immer in den Shownotes auf geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens zum Anklicken und Anhören und natürlich auch Abonnieren, wenn ihr dann möchtet und Kommentieren und Bewerten und was man alles so macht mit Podcasts, habe genügend der Eigenwerbung. Da habe ich versprochen oder angesprochen, dass ich die nächsten 50 Geek Talk Daily Episoden vorab eingepflegt habe, so dass ich die dann nur noch einsprechen muss und Texte dazu treiben muss. Und Tags, aber alles grundlegend schon vorbereitet ist. Also die 1300 möchte ich noch voll machen, zumindest nach aktuellem Stand. Ja, und dann fällt eben genau gleich gestern die Episode aus. Ja, ich werde irgendwann mal ein Buch darüber schreiben, Nachbarn und Themen, die so passieren in diesem Internet. Oder auch im realen Leben, wo es viel gruseliger sein kann. Also beginnen wir mit den Themen. PayPal verliert eine praktische Funktion, nämlich die kostenfreie Rücksendung. Bis an ihn konnte man zwölf Rücksendungen pro Jahr über PayPal initiieren. Wenn man irgendwo was bestellt hat in einem Shop, etwas zurückschichten möchte und das Ganze über PayPal bezahlt hat und der Shop das nicht selber von sich aus anbietet, kann man das machen. Eben 25 Euro sind es maximal, die PayPal jeweils übernimmt. Das geht zwölfmal pro Jahr. Funktioniert aber nur noch bis zum 27. November. Also entweder lasst ihr es gleich sein oder kostet es noch richtig fleissig aus. Wie genau das funktioniert, lest in den Shownotes nach. Da gibt es einen Link drüber in den Finanzblog zum Nachlesen. Die Apple Pay Bezahlfunktion ist die zweitmeist genutzte mobile Bezahllösung der Schweiz. Das hat zum einen eine Studie der ZHAW, der Zürcher Hochschule für Angewandten Wissenschaften, plus ein moneytoday.ch-Bericht zusammengetragen. Es ist richtig schön zu sehen, wie fleissig das genutzt wird. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Twint immer so fleissig angibt, wie gross sie sind und wie übermächtig hier in der Schweiz. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Vor allem, und da verweise ich wieder auf die News-Episode vom Geek Talk gestern, oder vorgestern besser gesagt, da haben wir auch darüber gesprochen, wie das weltweit verteilt ist. Da hat ja Apple gerade mit Apple Pay Mastercard überholt und hat nur noch Visa vor sich. Keine Visa oder keine Bewilligung hatte anscheinend Ring, also so mit Amazon, diese Klingeling-Dinger mit Videokamera vorne dran. Die sollen anscheinend laut dem Handelsblatt einfach ohne Bewilligung Daten über eben gemachte Aufnahmen an Behörden weitergegeben haben. Wenn das dem so ist, wäre das ein Skandal. Aber hey, sorry, es ist Amazon. Da würde ich es mich nicht wundern, wenn es so ist. Zumindest hat Amazon mittlerweile reagiert und negiert das Ganze. Das sei natürlich so nicht passiert. Wem wollen wir jetzt glauben? Das überlasse ich jedem selbst. Dann geht es weiter mit dem iPhone 14. Meines ist übrigens heute angekommen. Ich freue mich schon auf meine fleissigen Tests damit. Und das hatte die Möglichkeit, Notruf-SOS über Satelliten abzusetzen. Das Schöne daran ist, es gibt verschiedene Modelle auf dieser Welt. Ein chinesisches Modell, ein amerikanisches, ein europäisches usw. Und das Schöne, bis auf das chinesische haben alle das Qualcomm X65 Modem mit integriert. Und das ist vor der Hardware-Seite dafür zuständig, dass man eben mit Satelliten funken kann. Der Rest ist Apple-Magie und Code-Software, logischerweise die das Ganze ermöglichen. Und da bin ich schon sehr gespannt, ob wir in der Schweiz das vielleicht bald auch mal nutzen können. Gemunkelt wird ja, dass bis Ende Jahr, respektive im nächsten Jahr, da schon weitere Möglichkeiten oder besser gesagt Länder dazukommen werden. Dann gibt es unschönere Neuigkeiten. Aber wir sind halt in Zeiten von Rezession, Inflation besser gesagt, die Verteilung der Währungen sind nicht mehr gleich. Damit zieht Apple jetzt auch im App Store die Zügel an, wenn man so sagen möchte. Und erhöht die Preise. Was bis jetzt 1,99 Euro gekostet hat, kostet in Zukunft 2,49 Euro. Und so weiter und so fort. Gilt natürlich auch für die E-Apps. Wofür es nicht gilt, ist für bestehende E-App-Abos, die man hat. Also wer da was hat, was er behalten möchte, soll das behalten und nicht unterbrechen. Weil sonst muss es später dann teurer weiterfahren. Etwas, was ich mich darauf freue, ist ein 5G-Test. Denn das neue iPhone 14 Pro hat das eben vorher gerade genannte neue Modem im A16-Chip mit drin. Und damit ist nicht nur eben Satellitentechnologie, Kommunikation möglich, sondern auch bessere Geschwindigkeiten, optimierte Geschwindigkeiten im 5G-Bereich. Ich werde es mal für euch ausprobieren und sicherlich mal im Blog darüber berichten, respektiv dann hier in der Daily wahrscheinlich auch. Neuigkeiten gibt es auch für all diejenigen, die sich gewundert haben oder die gedacht haben, dass die Apple Watch 8, also die normale, die kleinere, nicht die Ultra, sowie das SE, kein Bluetooth 5.3 unterstützen. Dem ist das nicht so. Auf der Webseite wurde es angepasst. Auch die haben Bluetooth 5.3. Weshalb ist das wichtig? Ja, die vier neuen iPhone-Modelle haben Bluetooth 5.3 als Kommunikationsschnittstelle. Und das will man ja haben, wenn man neue Geräte hat. Neuigkeiten gibt es auch zu der morgen oder besser gesagt heute erscheinenden Apple Watch Ultra. Der Shortcut-Button, oder besser gesagt der Button auf der Seite, der Orange, der Grosse, der Neue, der kann auch mit Shortcuts belegt werden. Denn der Button wird über die Apple eigene App Intense API angesteuert. Das ist die gleiche API, welche auch das iPhone für Shortcuts nutzt. Und somit kann man hinter diesen Button auch nicht nur irgendwie, ja, was kann man da machen? Taschenlampe an, eine Markierung in der Kompass-App stecken, eine Stoppuhr starten oder solche Geschichten. Nein, man kann auch komplexe Shortcuts hinterlegen und abfeuern. Also nach dem Motto, ich bin irgendwo auf dem Berg, komme jetzt langsam nach Hause, es ist mir kalt, ich drücke den Knopf und zu Hause wärmt sich schon mal alles, Musik geht an und solche Geschichten. Natürlich immer dezent, weil wir haben bald Winter und hässliche Preise. Hässliche Preise könnten bald auch bei Spotify auftreten, denn die haben nicht nur Musik und Podcasts, sie haben auch Audio-Hörbücher und die möchten sie euch verticken. Die sind nicht im Streaming-Angebot mit drin, den Preis, was ihr pro Monat bezahlt. Nee, ihr seht zwar Hörbücher, aber die haben ein Schloss-Symbol dahinter. Was könnt ihr damit machen? Ihr müsst raus in die Webseite oder auf die Webseite der Spotify-App, euch die da kaufen, dann werden die zurücktransferiert in eure Account und dann könnt ihr das Ganze anhören. Ja, vergleichsmässig hättet ihr Audible, was ja zu Amazon gehört, da habt ihr mehr als doppelt so viele Hörbücher. Bei Spotify sind es aktuell etwas unter 300'000 an der Zahl. Dann habe ich euch noch ein safter Date. Microsoft hat ausgerufen, nämlich das Datum, wo sie das Surface-Event im traditionellen Oktober stattfinden lassen. Dieses Jahr wird das der 12. Oktober sein, aber mir ist nicht bekannt. Die Gerüchte brodeln natürlich schon länger. Man munkelt von AMD-Laptops, also einen eigenen Chip. Ihr mögt euch erinnern, Apple hat sowas auch, andere Hersteller auch. Jetzt könnte Microsoft nachziehen. Sie hatten ja schon mal was in die Richtung, haben es dann wieder fallen gelassen. Ich hoffe nur, dass das neue Surface nicht fallen gelassen wird, weil das tut dem nicht gut. Nicht gut tut unsere Jugend auch der TikTok Now, die neue App von TikTok. Denn es ist ein Be-Real-Klon. Eigentlich gut, weil man sollte mehr real sein und nicht dieses gefakte Internet-Zeugs. Die App ist jetzt fürs iPhone und fürs iPad auch da. Und was kann es? Ja, genau das Gleiche, was Zuckerberg immer macht. Er kopiert halt einfach Apps und das macht jetzt TikTok auch. Die App sagt einmal im Tag, hey, jetzt bist du dran, poste was. Und gleichzeitig wird nach vorne und hinten geschossen. Also du bist drauf und das, was vor dir ist, ist drauf. Halt völlig real, wenn man dann so möchte. Und du hast gewisse Sekunden Zeit, da ein Video zu machen. Zehn sind es insgesamt. Der einzige Unterschied ist, es kann nicht nur ein Foto sein, es kann ein Video sein. Eben bis zu zehn Sekunden lang darf das sein. Na, wenn das mal nicht Ärger gibt, wenn dann Kollege XY nicht mitmacht an dem Tag, weil er gerade an den Hausaufgaben sitzt. Aber ja, wir werden es sehen. Ubuntu Core, die Linux-Distribution Ubuntu, hat sich unter anderem, wie eben auch andere Betriebssysteme, zum Beispiel dem Google-Chrome-Dingens, Apple mit macOS und so weiter, der Connectivity-Standard-Allianz angeschlossen und sich Matter-kompatibel geschrieben. Das heisst, auch unter Ubuntu ist, oder habt ihr zumindest der Core, ist jetzt Matter-fähig, nativ. Sobald das Ganze zum Fliegen kommt, könnt ihr auch direkt auf eurem Linux-Rechner Dinge machen, die eben da in Richtung Smart Home gehen. Eine Neuigkeit gab es auch von Google. Google hat den Chromecast mit Google TV vorgestellt. Jetzt denkt ihr, dazu hat der Pockets ja schon lange ein Video gemacht. Das ist so. Das Teil gibt es auch schon länger auf dem Markt. Das, was er hat, in zweifacher Ausführung, merke ich gerade, ist ein 4K-Modell. Das gibt es jetzt auch als HD-Modell. Warum? Weil günstiger und anscheinend vielleicht vom anderen oder ein oder anderen gewünscht. Somit also kaufen, wenn ihr Lust habt, oder sein lassen, wie ihr möchtet. Gerüchte gibt es auch in der heutigen Episode. Die gehen unter iOS 16.1, also das kommende nächste grosse Update, was dann irgendwann kommen wird. Da wird gemunkelt, dass es neue Gruppierungsmöglichkeiten für Homepods und Airplay 2 Lautsprecher geben soll. Somit soll man die Homepods nicht nur vorne als Double aufstellen können, sondern auch rundherum links, rechts, vorne, Mitte, hinten, oben, unten und wahrscheinlich auch noch sonst irgendwo dann alles schön verbinden und dann ein kleines Kino basteln. Wieso nicht? Kann man machen, wenn man mag. Ob es kommt, wir wissen es nicht. Aktuell Gerüchtelage. Oder zumindest eben in der Beta gesichtet. Zu guter Letzt gibt es noch Neuigkeiten zu iRobot. Die wurden ja von Amazon gekauft. Also mit einem Klick haben sie ein bisschen Geld dahingeschmissen. Jetzt kommt die FTC. Und ich glaube, das werden nicht die letzten sein. Wahrscheinlich werden dann auch die europäischen Behörden da noch drüber schauen. Die Federal Trade Commission, die die Dinge freigeben in den Staaten. Die haben anscheinend ein bisschen was dagegen und möchten sich das genauer anschauen. Mich würde es nicht stören, wenn iRobot allein bleiben würde, weil dann müsste ich mich nicht von meinem trennen. Aber ja, genau. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Das war es auch mit dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet eine gute und erfolgreiche Woche. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüüüüüüüüuü. Hört mehr Giktor.